herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal heute auf adanus und ja mit cam also sowie im stream die letzten zwei streams hatte ich sie auch schon an ja es wurde gefordert dass ich sie in die videos an machen soll also habe ich mir gedacht okay machen wir mal hinter mir befindet sich im endeffekt ein greenscreen deswegen ist auch nur mein stuhl und ich selber bin eingeblendet und ja ich könnte jetzt alle hand damit machen ich bin zurzeit dran mein stream equipment auf jeden fall aufzuwerfen das wird verdammt teuer ja ich kaufe jetzt noch softboxen und ja neuer pc kaufe ich auch noch mit besseren prozessor das wird nicht mal wieder 1300 1500 euro kosten ja darauf hören wir mal direkt weihnachtsgeld verballern ja auch ingame bin ja mittlerweile dann verheiratet ich blende da mal ein paar zehn ein das war echt eine wahnsinnig coole hochzeit muss ich sagen es hat mir mega gefallen vor allem dass ja es war einfach cool dass auch das event team dabei war mit baubi mit abaco die anderen zwei die habe ich bisher jetzt noch nicht gekannt als wo wir und abaco waren eigentlich so die einzigen zwei die ich vom event team kannte auf jeden fall richtig nice dass die alle da waren die haben eine tolle hochzeit organisiert mit extra kuchen und so war echt lustig und da wiki war dann auch noch da also kennen wir ja vom testa wiki admin und der stream da auch auf twitch ja das war echt eine tolle hochzeit und ja da haben wir ordentlich gefestet und das war echt lustig in game ja als nächstes habe ich hier jetzt aktuell mal schaut habe ich jetzt zwei neue pads es gab pad kisten im item shop ja wo man jetzt im endeffekt so ein as well pad holen konnte das ja das mini pad da vorne jetzt ja und auch das model hänkerchen das war ja habe wurde ja gesagt dass es 16 wozent bär sie hat aber anscheinend stimmt das irgendwie nicht und ja ja das scheint ein relativ spontanes video weil ich habe zurzeit ziemlich wenig zeit das merkt kleine videos das wenige kommen sind weil ich wieder viel arbeit habe in meiner wirklichen arbeit youtube sehe ich halt auch als kleine arbeit an weil videos zu erstellen ist halt nicht gleich geschafft ja ja sonst young technisch ihr habt ja bisher 99 worden bei mir gesehen die habe aktuell 30 wurden ausgegeben die habe ich dann ja in meiner engen frau geliehen die hat sich dann so eine coole zodiac glocke damit gekauft mit 39 dss 12 beweglichkeit 8 stärke 6 wird also zodiac glocke plus null und die haben halt für 30 wurden gekauft und ja das war auf jeden fall ein sehr guter kauf deswegen gibt es aktuell ja habe ich ein bisschen weniger gang und ich habe natürlich peteier gekauft weil ich habe jetzt nicht die boxen sowie manch andere 80 90 100 boxen im item shop geholt das ist mir einfach ich gebe nicht mehr so viel geld wie früher aus für das spiel und deswegen es muss ein spiel bleiben und kein irgendwie payment es darf und ja deswegen ja auch bei trigger was habt ihr gesehen dass aktuell kein video kommt ich habe auch bisher nicht weiter gemacht die hunderte euro haben sie im endeffekt auch wirklich nicht gelohnt ist da weil ich einfach schlichtweg keine zeit hatte und ja sonst aktuell sieht es ganz gut aus ich habe sogar zwei gifties in einer woche vom nemmeri getroppt das war mega nice und wir hatten beide 40 dss das muss man sich mal geben man jeder montag in immer reinkriegt 1 mit 40 man geht dann mittwoch und immer reinkriegt 1 mit 40 dss ist absolut geil dann wieder beim missionsbuch habe ich wieder in die ja bekommen also absolut es läuft der markt man merkt der läuft aktuell nicht sogar die zodiac schatullen sind auf einem tiefstand und ja es abt auch keine mehr was und man merkt dass die spielerzahlen sinken sind hat vor allem mit dem update zu tun was ja schon öfters gesagt haben mit dem drachenstein splitter update dass einige gegangen sind und auch low levels die zum high level werden die sind relativ relevant für den markt dass etwas weg geht und ja jetzt kann das arz rei pad natürlich rein ich habe es mir ehrlich gesagt eher erwünscht dass man es beim arz rei kriegt ich denke mal das wird nur in laufe der zukunft kommen aber wann ja weil es gibt aktuell einfach alternativ nichts alle müssen sich auf bestimmte maps verteilen die jetzt noch gut sind erst die drei war ja zum spieler fahren auch gut aber da muss man sich jetzt verschiedenste jahrs aufbauen und so und deswegen ich vermute da fehlt zurzeit so ein bisschen was auch im high level fehlt es wieder bei der hydra band ist jetzt nicht wirklich der klassiker wo man jetzt wirklich mit einer low gruppe macht also da muss man schon was drauf haben um ihn zu packen und klar wir von der gilde schaffen ihn auch haben wir machen ihn nicht oft weil das rentiert sich einfach auch nicht dass man jetzt da wenn ich mal null drohen rausbekomme also man merkt dass zurzeit einfach spielerzahlen schwindend sind und ja das wird sich auf das ganze spiel auswirken man hatte seitens gameforge bisher auch keine rück info mehr bekommen ob jetzt web sind da irgendwas einlenkt oder nicht zumindest wüsste ich nicht der 18.4 fred der wird ja schon ja seit langen zeit bearbeitet von von der ganzen community ja also da ist schon einiges dran als nächstes thema habe ich meinen 3000 abonnenten special dann irgendwann ja wir stehen jetzt 150 abonnenten von 3000 weg da überlege ich mir noch was ja aber das soll als kleines infovideos dienen dass ihr wisst was eigentlich jetzt zu zweit los ist weil ich habe jetzt gut eine woche fast keine videos mehr gebracht und ja das hatte halt verschiedenste arten von gründen und ich muss natürlich mein stream einrichten ihr habt das mit der cam machen müssen mit dem green screen da möchte ich natürlich auch euer feedback gefällt euch das wenn ich in den videos sichtbar bin oder nicht ja ich habe bisher wenig irgendwie negative erfahrungen damit gemacht ein einer hat es wie immer gegeben der sie irgendwie geäußert hat aber mir ist im endeffekt latte leute ihr könnt sagen was ihr wollt mir ist es egal einige haben es gefeiert und das hat mir gereicht auf jeden fall das ich gesagt habe in den streams werden wir auf jeden fall so gut wie jedes mal mit cam dann da sein und in den videos müsst ihr jetzt nun entscheiden gefällt euch das wenn ihr den youtuber seht dabei oder gefällt euch das nicht oder wollt ihr dass es irgendwo anders hingeht keine ahnung ja das war halt zur aktuellen lage vielleicht kommen diese wochen noch videos weiß ich aber nicht kann ich euch nicht versprechen aber morgen 18 uhr leistet ihr auf meinem channel und ich freue mich auf euch